Moin meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Spongebob Schwammkopf Mein Bikini Bodden Und ich muss mal eben wieder den Soundleiser drehen, oh Gott Egal, währenddessen kann ich ja schon mal erzählen, was los ist Und zwar ist die erste Spongebob-Welle jetzt auf Nickelodeon gelaufen Ich nehme das direkt heute am 30., also Samstag, 30. April auf Nach, äh, wie spät ist es jetzt gerade, 17 Uhr ungefähr Und, äh, ja Ich nehme das jetzt direkt auf, nachdem die, die, äh, letzte Folge gelaufen ist Von Spongebob heute, wie ihr wahrscheinlich wisst, ab 25. sind ja die neuen Folgen gelaufen Offenlich wisst ihr das, weil ansonsten habt ihr die Folgen somit verpasst Ähm, und, äh, habe ich, äh, habe ich im letzten Spongebob-Part angekündigt Und ich möchte nun in diesem Part ein bisschen die Folgen Revue passieren lassen Mit euch so ein bisschen drüber reden Was fandet ihr, was für eine Folge fandet ihr am besten Was für eine Folge fandet ihr am schrecklichsten Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen Waren die Folgen gut, waren die Folgen schlecht, ne Das wollen wir heute alles, äh, ein bisschen Revue passieren lassen Und aus dem Grund, äh, sitze ich hier Mit euch nun Also ich sitze vor meinem PC Ihr guckt euch den Part, äh, heute am Sonntag an Dürftet ihr online kommen, wenn ich da jetzt nicht allzu viel Schwachsinn erzähle Und ja Etwa an, wie viel Folgen waren es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Folgen Die liefen jeweils bei mir um 17 Uhr 10 Ich habe den nämlich über eine andere Seite geguckt Im Internet über Nickelodeon Schweiz Habe ich die geguckt, weil die da ein bisschen früher liefen Auf Nickelodeon Deutschland Beziehungsweise Nickelodeon Österreich Liefen die, also Nickelodeon Germany, glaube ich Oder Nickelodeon Austria Ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht Bei, äh, Österreich steht auf jeden Fall Austria da Ähm, liefen die 20 Minuten danach Erst Glaube ich Kann natürlich jetzt auch wieder total Schwachsinn sein Was ich jetzt hier erzähle Aber ich glaube, die liefen dann erst 20 Minuten danach Ja Ähm, ich habe die auf jeden Fall geguckt Wie es bei euch, äh, aussieht, weiß ich nicht Aus dem Grund, äh, sitzen wir ja jetzt hier So Und zwar Liefen, äh, die wunderschönen Folgen Ich möchte nebenbei Mir ein paar Grundstücke in dem Part kaufen Weil es langsam, was hier mal wieder Zeit wird Für ein paar Jetzt ist natürlich nur die Frage Welche wollte ich mir kaufen Ich glaube, ich wollte mir die hier oben kaufen, oder? Kann das sein, oder wollte ich die hier unten? Ich glaube, ich wollte die da oben Die komplette Hafenstadt wollte ich mir können, ne? Gucken wir mal, wie viel die hier kostet Die kostet, okay Dann wollte ich mir, glaube ich, die komplette Hafenstadt gönnen Dann machen wir das heute auch mal Da, 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 mh, ich habe wieder schön zusammengespart Wie man sehen kann Und jetzt ist wieder alles weg Naja, was will man machen? Das wird jetzt auch sehr, sehr teuer Wenn ich mir das gerade so ansehe Wie viel hier einfach rumsteht Scheiße Moment Ja, die kann man auch noch Oh Gott Ja Ja Das wird sehr teuer Okay Ähm Die erste Folge, die lief Hieß Äh Bürgermeister Patrick Und meine Güte Die Folge habe ich mir relativ witzig vorgestellt Ihr habt mir auch in den Kommentaren aufgeklärt Bürgermeister Patrick Äh Bürger wird deswegen so geschrieben Weil damit nicht der Bürgermeister Bürgermeister gemeint ist Eben von Bikini Botten Sondern eben der Bürgermeister Der, der Krabbenbürgermeister Weil Patrick halt so ein So ein Essfreak ist, ne Und deswegen Bürgermeister Ist eben die, die Krabbenbürger gemeint Damit hat er mich aufgeklärt Wäre ich auch von selbst an Letzten Endes drauf gekommen Äh Als ich das Bild gesehen habe Und äh Ja Das war die erste Folge, die lief Und ich Die hat mich doch schon mal wieder sehr überrascht Denn die hatte Seine witzigen Momente Definitiv Mit Mr. Krabs Und den Den Fest, was da ja gefeiert wurde Der Jahrestag von Bikini Botten Glaube ich war das Meine Güte Waren einige relativ witzige Witze dabei Und äh Ja Letzten Endes Äh Also war das dann so ein S-Wettbewerb Wo Patrick teilnehmen musste Er war der einzige Äh Typ, der Bikini Botten Verteidigt hat Bei diesem S-Wettbewerb Weil keiner mehr gegen den Äh Gewinner von den ganzen letzten Jahren Antreten wollte Keine Sorge Ich Spoiler jetzt nicht allzu viel Nur ein bisschen Wart über die Story Noch ein bisschen genauer Damit ihr Bescheid wisst Um was es denn da geht Äh In dieser In dieser Folge Und äh Ja Der gute Patrick hat äh Gegessen Wie ein Vollidiot Er wollte eigentlich gar nicht mehr antreten Äh War er auch schon Ja Ne Mr. Krabs hat ihm gelehrt Wie man schneller ist Und diese Taktik fand der gute Patrick Halt nicht so toll Beziehungsweise Patricks Mund fand ihn Fand diese nicht so toll Und äh Ja Wer letzten Endes gewonnen hat Das müsst ihr euch selbst reinziehen Denn das werde ich nun Nicht spoilern Beziehungsweise Ich werde auch nicht Noch genauer auf die Folge eingehen Meiner Meinung nach Auf einer Skala von 1 bis 5 War sie definitiv Doch Wir Wir sehen jetzt mal von den alten Folgen ab Ne Freunde Wir sehen mal von den alten Folgen ab Und von den neuen Folgen Von den neuen Folgen Ab Staffel 4 War die alten Folgen Die waren ja definitiv gut Äh Aber von den neuen Folgen War das definitiv eine 5 Also es war wirklich Eine echt gute Folge Und die hat auch richtig viel Spaß gemacht Zu gucken Meine Meinung Eure Meinung in die Kommentare So Die nächste Folge Wenn wir reihenfolglich nachgehen Wäre Patrick das Spiel Und ich möchte die Reihenfolge Jetzt auch liebend gerne beibehalten Ja Patrick das Spiel Ich hab die ja so groß angepriesen Diese Folge Ich hab gedacht Oh Gott Das wird die epischste Folge In dieser Von den gesamten Folgen Die gezeigt werden Und äh Ja Nehm alles zurück Ich fand die Folge Absolut gar nicht gut Meine Güte Ich fand die echt schrecklich Die Folge Zwar waren wieder witzige Sachen dabei Wie zum Beispiel Der Witz mit Tic-Tac-Toe Hat da Patrick Patrick eben Tic-Tac-Toe neu erfunden Und das war relativ witzig Aber dann Als die sich dann getroffen haben Und das Spiel Was Patrick da selbst erfunden hat Was er dann mit dem Titel Patrick das Spiel Genannt hat Äh Wo sie dann das gespielt haben Eben Thaddeus Und wer war da sonst noch dabei Sandy Und Spongebob Die haben sich dann bei Patrick getroffen Haben eben Patricks neues Spiel ausprobiert Ne Ab da wurde die Folge schrecklich Also ab da mochte ich die dann nicht mehr Ab da wurde es eher langweilig Und äh Ja Wird die tatsächlich auch Erkommen Es gibt schrecklichere Folgen Wir müssen ganz ehrlich sein Es gibt extrem schreckliche Spongebob Folgen Aus dem Grund Würde ich der Folge eine 2 geben Eure Meinung Wenn ihr es gesehen habt Natürlich in die Kommentare So Spongebob Langhose Das sind natürlich jetzt auch die deutschen Titel Wer hätte es anders erwartet Und nicht so wie bei den alten Folgen Die nach den Kids Choice Awards Ne Die vor den Kids Choice Awards liefen Äh Haben diese Folgen tatsächlich auch schon Die deutschen Folgen Äh Schilder bekommen Also Ne Am Anfang hat ja immer eingeblendet wird Wie die Folge heißt Die jetzt gezeigt wird Da haben noch immer ein paar Folgen Aus der 9. Staffel Kein Äh Keine Keine Schilder Wo eben der deutsche Titel drauf Steht Was sich immer noch So ein kleines bisschen schockiert Wo ich dann halt auch sagen musste Wie lange dauert denn das So ein nerviges Dummes Schild zu erstellen Was da am Anfang 5 Sekunden eingeblendet wird Wo der Titel draufsteht Die müssen doch nur den Titel umändern Das kann doch nicht so schwer sein Aber gut Das sind halt die Spongebob Entwickler Ne Das sind die Spongebob Entwickler Faul wie eh und je Na dann Was haben wir als nächstes Jahr Spongebob Langhose Wir hatten Spongebob schon Mit einer quadratischen Hose Haben wir die ganze Zeit schon Wir haben Spongebob mit einer runden Hose gehabt Wir haben Spongebob ohne Hose gehabt Aber wie war es mit der langen Hose Ja die langen Hosen Die wurden von so einem Straßenverkäufer verkauft Tatsächlich Der halt ein bisschen Geld machen wollte Und die langen Hosen Tragen im Bikinibotten Nur die angesehenen Leute Die krassen reichen Typis Und ja aus dem Grund hat dann Spongebob auch zu diesen Dazu gezählt Man kann nicht sagen Krass reicher Typis Mit der kurzen Hose Sah halt aus wie ein Kind Und die einzigen Leute Die diese Hosen eben trugen Das waren die Die erwachsenen Leute Die trugen lange Hosen Der gute Tadeus trägt natürlich gar keine Hose Da war auch ein richtig witziger Witz dabei Ähm Und Ja dann hat Spongebob endlich zu den erwachsenen Leuten Dazu gezählt Muss man ja auch mal sagen Und äh ja Das war so gesehen Sinn und Zweck Es kam ein neuer Mehrungfrau mit einem Blaubarspugelfilm ins Kino Aber Spongebob konnte nicht ins Kino gehen Weil er eben mit den Mit den erwachsenen Typen erwachsene Dinge machen musste Und da musste er sich entscheiden Zwischen seinen erwachsenen Dasein Oder seinen Dasein als Kind Wo ihn niemand respektierte Das war's dann So halbwegs Und natürlich haben seine Äh Freunde da ein bisschen mitgeholfen Bei der Entscheidung Für welche Seite sich unser quadratischer Freund entscheiden sollte Aber Letzten Endes war's das dann ja auch Schon von der Folge Spongebob Langhose Machen wir weiter mit äh Fitnessfreaks Ja der gute Larry hat ein Fitnessstudio eröffnet Im Bikini Botten Und äh der gute Spongebob Äh hat sich da natürlich direkt eingeschrieben Um seinen Kumpel da zu unterstützen Und ist äh somit dann auch ähm Ein Mitglied geworden In diesem Club Und äh ja Wir haben das erste Mal Unseren schwammigen Kollegen Ich krieg nebenbei hier ein neues Rezept Die Rippchen Sandwich Ja sehr cool Äh wir haben das erste Mal Unseren quadratischen Freund mit Muckis gesehen Denn Der gute Larry hat's tatsächlich geschafft Den guten Spongebob Muckis Zu geben Aber das hat halt Auswirkungen gehabt Auf den guten Larry Genauer möchte ich auch dort nicht eingehen Ist ne sehr witzige Folge Und äh hat sehr viel Spaß gemacht Die zu gucken Würde ich ne 3 geben Mittig rein Passt meiner Meinung nach perfekt Ja Dann Guck mal hier Es gibt Larry's Fitness Studio In dem Spiel sogar schon Hab ich grad gesehen Wo ist das denn Hier Larry's Gym Das hat er sogar erst Ne Das hat er in der Folge erst eröffnet Dieses Gym Und das ist hier schon drin Und das schon seit Anfang an Seit Erfindung dieses Spiels Äh ich glaub die Entwickler der Folge Haben da ein bisschen von dem Spiel abgeguckt Ne Würde ich sagen Weil es war ja zuerst das Spiel da Und dann die Folge Interessant Ja Soviel dann dazu Hab ich glaub ich jetzt Äh gut drüber gesprochen Ich möchte natürlich auch nicht zu viel erzählen Ne Schließlich sollt ihr euch die Folgen dann auch selbst noch reinziehen Und sie sollen natürlich auch für euch Noch etwas Neues sein Wär ja schade wenn nicht Aus dem Grund Ne Lassen wir es hier sein mit der Folge Und machen direkt weiter mit das Experiment Meiner Meinung nach Die beste Folge Die gezeigt wurde Von den ganzen sechs Ja Sechs Folgen die gezeigt wurden Ist das meiner Meinung nach Wirklich die allerbeste Folge Bei das Experiment Äh Möchte Sandy Die Unterwasser Gegend erforschen Wie sich diese in bestimmten Lebenssituationen so verhalten Und ähm Hatten dann natürlich ein bisschen die Leute ausspioniert Weil die wo die da natürlich rausgefunden haben Da hat Sandy die ausspioniert Gar nicht so toll fanden die Meereslebewesen Und aus diesem Grund Na meine lieben Freunde Ganz klar Hat Sandy da ein bisschen kassiert Werde das anders erwartet Das fanden die natürlich nicht so toll Wie würdet ihr das denn finden Wenn euch ein Eichhörnchen ausspionieren würde Ja Und so ging es halt auch den Leuten Und aus dem Grund Hat sich Sandy eben Testexemplare gesucht Die äh Die nicht so reagieren Wenn Sandy sie ausspioniert Die das ausspionieren zulassen Und ist dann eben so auf Spongebob und Patrick gekommen Aber diese waren natürlich dann Davon nicht sehr begeistert Dass Sandy die ausspioniert Und beziehungsweise haben dann halt Ich verhalte mich ja auch ein bisschen anders Wenn ich hier aufnehme Als wenn er mich in Real Life treibt Und aus dem Grund Haben die sich dann natürlich auch Ein bisschen anders verhalten Als die normalerweise sich verhalten haben Als dann die Kamera lief Und Ja Da musste Sandy das geheim machen Musste Sandy die zwei Leute Die Spongebob und Patrick eben geheim Irgendwie filmen Was natürlich gar nicht mal so einfach war Und hat dann eben Die losgeschickt Damit die halt nicht da waren Damit Sandy heimlich Kameras verstecken konnte In Spongebob zu Hause Und dann hat die noch extra Dann als die zurückkam Hat die dann gesagt Patrick du bist ab jetzt der Boss Um ihm das Experiment ein bisschen interessanter zu gestalten Und wie sich Patrick dann natürlich Spongebob gegenüber verhalten hat War definitiv sehr interessant Ich weiß nicht wer von euch Den Film Das Experiment kennt Ähm Wir haben uns den auf jeden Fall In der Schule angesehen Und der artet dann Gegen Ende auch total aus Da werden einfach Äh Da sind zwölf Typis glaube ich Und die bekommen eine Rolle zugeteilt In den Filmen Dass Äh Jeweils einer Die Rolle Dass Äh Jeweils sechs die Rolle von Äh Polizisten übernehmen Und Sechs Leute eben Die Rolle von Gefangenen übernehmen Und das wird halt richtig realistisch auch dargestellt Dass die dann eben Gefangene sind Und so weiter In den Gefängnis Und äh Das ist auch total ausgeartet Und mich hat die Folge einfach total An diesen Film erinnert Wenn ihr den Film kennt Oder ihn euch Beziehungsweise Wegen Wegen mir jetzt reinzieht Würde mich das Sehr interessieren Wie ihr denn Zu dieser Meinung steht Ob ihr auch findet Dass Äh Der Film Direkt auf die Folge Angespielt hat Oder nicht Möchte natürlich aber auch Vorwarnen Meine lieben Freunde Das ist natürlich ein Kinderprojekt hier Spongebob Schwarmkopf Da gucken natürlich auch Sehr viele junge Leute zu Und der Film Das Experiment Ist leider freigegeben Ab ich glaube Sechzeh Und aus dem Grund Ne Ich möchte euch Da vorwarnen Dass das Äh Nicht wirklich Kinderfreundlich ist Die Folge Der Film Ne Ich hoffe ich hab da jetzt Also Äh Wenn ihr durch den Film Verstört werdet Und es gibt definitiv Verstörende Szenen Nicht verstörende Szenen Aber halt Brutale Szenen In den In den Filmen Dann schiebt das bitte Nicht auf mich Ich hab euch vorgewarnt Und äh Ja Müsst ihr euch ja nicht reinziehen Wenn ihr Nicht äh Nicht wollt Ich hab mir damals auch nicht Allzu viele brutale Filme Reingezogen Erst Das kommt Das kam erst mit Das kam erst Vor kurzem Dass ich dann Gesagt hab Ja Filme am 16 Packe ich dann jetzt auch langsam So Ähm Genug von meiner Seite aus Wir machen weiter Mit Spongebob Und den neuen Folgen Natürlich Und äh Dort gab es nur noch Eine neue Folge Und auf die hab ich mich Übelst gefreut Denn äh Diese trägt den Wunderschönen Namen Die Geld Heirat Da möchte Mr. Krabs Natürlich Geld heiraten Das große Problem Dabei ist natürlich Dass man Geld Nicht heiraten kann Und ich hab natürlich Mir gedacht Ähm Dass Mr. Krabs Von selbst drauf kommt Geld zu heiraten Aber dass das ein Fieser Plan Von Plankton ist Darauf wär ich Wirklich nicht gekommen Dass Plankton sich Als Geld verkleidet Dass Mr. Krabs Dann heiratet Und äh So möchte er schließlich An die Krabbenbürgerformel Rankommen Sehr interessanter Plan Wie er dann letzten Endes Fehlgeschlagen ist Oder ob er funktioniert hat Tatsächlich Und Plankton es endlich In der neunten Staffel Geschafft hat Die Krabbenbürgergeheimformel Zu erlangen Damit sie Mehr Ideen Für neue Folgen bekommen Könnt ihr selbst rausfinden Wenn ihr euch die Folge reinzieht So Nun kommen wir noch Zum paar Ja Man könnte auch sagen Folgen Beziehenden News Und zwar Ne bevor wir zu denen kommen Es gab ja ein Splatfest Vor Ich glaub Eine Woche Im Splatoon Und dort war das Thema Spongebob gegen Patrick Und endlich meine lieben Freunde Wissen wir was die Community In Europa mehr mag Und zwar Spongebob Oder Patrick Gewonnen hat der gute Patrick Star Ob jetzt gerecht oder nicht Diese Entscheidung lasse ich mal Voll und ganz euch offen Können wir ja in den Kommentaren Drüber diskutieren Auf jeden Fall mögen die Leute Aus Europa Definitiv Den Seestern mehr Ansonsten hätte er ja nicht gewonnen Gut Ich war auf der Seite von Spongebob Wen es noch interessiert Ich habe ja einen Stream drüber gemacht Also Ja Gut Und dann kommen wir noch zu den letzten Folgen Spezifischen Themen Dort hätten wir nämlich Eine ganz große Ankündigung Und zwar Wird Wird eine neue DVD Angekündigt Die den Titel trägt Krabbentage Mit Spongebob Und Mr. Krabs Vorne auf dem Cover Wahrscheinlich habe ich das sowieso Gerade als 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 Bild für Thumbnail genutzt Diese Die Der DVD Cover Und in der DVD Soll es halt Um die Krosse Krabbe gehen Allgemein Folgen um die Krosse Krabbe Und anstatt wieder alte Folgen Draufzupacken Trauen sich die Entwickler endlich aus sich raus Und packen die neuen Folgen von der 9. Staffel Auf diese DVD Die noch nie zuvor Auf DVD Gepackt worden sind Könnt ihr nun endlich Auf DVD kaufen Ja Zu diesen Folgen Zählt die Folge Lizenz zu mixen Die wurde ja schon Vor Ewigkeiten ausgestrahlt Läuft jetzt auch schon Etwas öfter auf Nickelodeon Solltet ihr sie Dennoch noch nicht gesehen haben Diese Folge Könnt ihr sie jetzt Auf DVD Erwerben Ich hoffe euch gefällt das Genauso gut wie mir Äh ich werde mir die DVD Zwar nicht kaufen Weil ich werde auf Äh Auf 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 Die 9. Staffel Komplett auf DVD Warten Ne Ihr wisst Ich habe ja Staffel 1 bis 8 Komplett auf DVD Und ich warte dann auch Bis die 9. Staffel Auf den kompletten DVD Boxset erscheint Äh Davor werde ich mir die Nicht zulegen Für alle die es interessiert Für alle die sich diese Folge zulegen wollen Hier noch die Fakten Wer die nicht gesehen hat Wer die nicht gesehen hat Wirklich Schämt euch Manager Patrick Ebenfalls eine Top Folge Meine Güte Die hat richtig Das war Oh Gott Ich habe da so lachen müssen Bei der Folge Auch hier Wer die nicht gesehen hat Schämt euch Schämt euch dafür Das Firmenpicknick Geht Ich kann dir jetzt auch schwer Wiedergeben was da geschehen ist Mr. Krabs macht halt ein Firmenpicknick Und Plankton auch eins Und dann ist das Firmenpicknick Von Plankton besser Und dann wechseln Alle Selbst Mr. Krabs Zu Plankton Und das war natürlich wieder Ein fieser Plan Von unseren grünen Einzeläugigen Einäugner Um die Keramberger Formel An sich zu reißen Ja Wen es interessiert Kann man sich ja mal reinziehen Ne Ist auf der DVD drauf Nur eben der gute Spongebob Der blieb auf der Seite von Mr. Krabs War natürlich schwer Wenn die Seite von Mr. Krabs Sich langsam aber sich auflöst Gut Ähm Habe ich im Abfall einmal schon Irgendwas machen lassen Ja Okay Das ist gut zu wissen Dann Simons Gun Ja Mr. Krabs erzählt Von seiner alten Marinezeit Wie das damals ablief Bei den Seeschlachten Und so weiter Kann man sich auch mal reinziehen Und jetzt meine lieben Freunde Die absoluten neuen Folgen Die erst vor Zwei, drei Tagen ausgestrahlt wurden Sind ebenfalls drauf Spongebob Schneckenheim Die Folge die Bei den Kids Choice Awards Ausgestrahlt worden ist Ähm Ja Spongebob nimmt eben Äh Schnecken auf Die Äh Ja Am Straßenrand Eben Streunerschnecken Könnte man sagen Nimmt dabei sich zu Hause auf Und davon halt relativ viele Was halt für Probleme sorgt Wenn relativ viele Schnecken Bei ihnen zu Hause sind Man kann sich nicht um alle kümmern Und äh Ja Darüber habe ich schon gesprochen Im Part Der Diesen zuvor ging Ich weiß gerade nicht Der wieviel Departed ist Von dem Projekt Aus dem Grund Einfach mal den Part Zuvor googeln Vielleicht 37 oder so Oder 36 Wenn das jetzt gerade 38 ist Äh Und dann könnt ihr euch die Folge Genauer anhören Um was es in dieser Folge ging Und dann Bürgermeister Patrick Ist auch noch drauf Die habe ich ja jetzt hier Am Anfang dieses Partes Angesprochen Äh Ja Ist auch direkt auf der DVD drauf Wenn ihr diese Folge Also verpasst habt Und sie gerne euch Nochmal reinziehen wollt Oder beziehungsweise Euch überhaupt mal reinziehen wollt Dann ist diese DVD Wie für euch geschaffen Das wären die Folgen Die da drauf sind Geht eben rund um die krosse Krabbe Alles was rund um die krosse Krabbe Sich abspielt Und äh Wahrscheinlich werden wir Auf dieser DVD Da es eine Special DVD ist Und nicht so wie die Äh DVD zu den ersten Bis zur achten Staffel Eben die kompletten Staffel Da haben die nämlich Die englischen Schilder Draufgepackt Und äh Bei diesen DVDs Die eben Nur im deutschen Raum erscheinen Äh Werden wir dann wahrscheinlich Auch endlich Die deutschen Episoden Schilder Zu diesen Folgen Zu sehen bekommen Gut Dann habe ich die Die neuen News Jetzt hoffentlich Relativ gut abgearbeitet Ähm Und ähm Möchte nun Vorne hinweg Sagen Äh Das Ja das können wir auch noch Kurz reinhauen In den USA Werden bereits Die nächsten Folgen Ausgestrahlt Von denen wir Auch schon Bescheid wissen Was in diesen Folgen Geschehen wird Das werde ich dann Im nächsten Part Ansprechen Meine lieben Freunde Also Keep calm Und äh Wartet den nächsten Part ab Ja Wissen wir schon Was in den Folgen geschieht Und ja Bis die von Englisch Ins Deutsche Übersetzt werden Kann natürlich Wieder eine Zeit Vergehen Kann natürlich Aber auch schon Direkt das nächste Monat Geschehen Und äh Ja Die neuen News Dazu Zu diesen Wunderschönen Folgen Werden wir Im nächsten Part Besprechen Ich hoffe ihr freut euch Auf den nächsten Part Es dauert jetzt leider Wieder eine ganze Woche Für euch Tut mir natürlich Sehr sehr schrecklich Leid Ähm Und aus diesem Grund Sehen wir uns dann Dort wieder Bis dahin Tschö tschö Euer Ultra Mit den Spongebob News